Damen, Tisch Nummer 15, Celine Wang, FC Poprödel gegen Susanne Sindermann, FC St. Pauli, Tisch Nummer 15. Damen, Tisch Nummer 10, Bibi M. Schütt, Aichi Blugup gegen Angelika Reis, WTB AEB, Tisch Nummer 10. Doppel für Sie. Damen, Tisch Nr. 18. Felicia, du hast richtig, der meiner Schnellseh gegen klare Pauline Strelo, FC St. Pauli. Tisch Nr. 18. Tisch Nr. 18. Tisch Nr. 18. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.